Jede und jeder von uns kann etwas anderes gut machen und weiß andere Sachen. In der Gemeinschaft sind wir stark. Ich kann den Menschen helfen und Rücksicht nehmen. In der Klasse können wir uns gegenseitig helfen. Also in Mathematik, Deutsch, Geografie, wenn sie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel in den Pausen, wenn sie gemobbt werden. Ich gehe zu ihnen, ich tröste sie, ich sage, mach dir keinen Kopf, denk an dich und lass dich nicht runterhängen. Jeder Mensch hat ein Funkeln. Jeder Mensch ist wichtig. Mein Name ist Viktoria. Meine Talente sind singen und zeichnen. Ich lache gerne und ich finde fast alles lustig. Ich heiße Florian. Ich renne gerne und ich spiele Fußball gerne. Und das Schönste am Fußballspielen ist, zu gewinnen und so. Mein Name ist Christa. Ich bin aus Indien. Ich liebe Garten, Bäume, Bäume, kleine Tiere, Beine. Ich lerne jetzt Deutsch. Ich heiße Ibrahim. Ich bin ein Kasparl. Fast jeder lacht über meine Witze. Ich liebe es, meine Lehrer zu ärgern. Fußball ist mein Leben. Jungs und Mädchen, die sich für Fußball interessieren, die nicht so viel können, dann könnte ich das beibringen. Ich heiße Hala. Mein Hobby ist Zeichnen. Ich helfe manchmal meinen Freunden beim Zeichnen in der Schule, weil es mir Spaß macht und ich finde es gut. Ich fühle, dass ich gut bin beim Zeichnen. Ich heiße Alpha. Mein Talent ist meiner Mutter beim Haushalt zu helfen. Also ich mag die Sterne und den Mond, weil sie glänzen und es macht einfach Spaß, sie zu beobachten. Ich heiße Kulsa. Ich würde gerne Tierärztin werden. Ich heiße Lina. Mein Talent ist Volleyball spielen. Mir ist es wichtig, dass in der Klasse, dass da niemand schreit, weil wenn es laut wird, dann Lehrer werden schimpfen. Wir werden Ärger bekommen. Ich bin der Abdulmalik. Meine Hobbys sind Fußball, Fangen und Verstecken. Ich kann anderen Kindern, die nicht da waren, helfen, alles nachzuholen. Ich will, dass es keinen Krieg gibt auf der Erde und dass die Welt sauber bleibt. Ich heiße Alia. Ich liebe Anime. Ich spreche vier Sprachen. Deutsch, Tschetschenisch, Russisch, Englisch und ich werde noch Arabisch üben. Zum Beispiel, wenn ein Kind Deutsch nicht versteht, dann kann ich ihm auf eine andere Sprache sagen, was die Lehrer meinen. Ich heiße Yasmina. Kampfsport, Training. Taekwanton, manchmal MMA. Man lernt dort kämpfen. Man kann auch so ein paar Dinge lernen, wenn man sich selbst beschützt. Ich helfe anderen Mädchen bei solchen Situationen. Ich zeige einfach, was man machen muss, wenn jemand hinterher rennt. Ich heiße Sandro. Ich mag es, wenn es ruhig ist, weil ich mich besser konzentrieren kann. Für meine Klasse wünsche ich mir Frieden und viel Freundschaft. Ich habe schon mal mit meinem Freund gestritten, aber wir haben alle Entschuldigungen gesagt und dann sind wir wieder zusammengekommen. In der Gemeinschaft sind wir stark. Ich gehe nitrogen als Zucker. Ich mache ihn mit meinem Freundschaft. Ich mache kräftige�ige. Ich mache mich mit meinem Freundschaften. Ich mache mich mit meinem Freundschaften. Ich mache meinen Freundschaften ab, ich nehme 8 Minuten. Ich mache mich mit meinem Freundschaften. In der Gemeinschaft sind wirksam. Ich mache die ruhige Treppen. Untertitelung des ZDF, 2020